Und da mit Kio Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Odyssey, Ultramoddy. Dem Projekt, bei dem wir uns immer die lustigsten, hilfreichsten und einfach auch manchmal nur komplett dumme Mods raussuchen, mit denen wir in dem Spiel ziemlich viel Spaß haben. Heute ist Wario on board und der scheint gerade zu ertrinken, weil das komplette verlorene Land ist unter Wasser und ich glaube, wir schaffen das nicht mehr. Schade. Irgendwie schätze ich das so, ein Klimawandel und alle Eisberge sind geschmolzt. Und jetzt sieht es halt so aus. Pink, man sieht unter Wasser gar nichts. Alles ist ultra blau. Was ist das überhaupt für ein Wario? Ich dachte, ja, holst du dir Wario und jetzt sieht er so aus. Das ist nicht Wario. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal runter und suchen nach wunderbar schönen Monden. Ich habe keine Ahnung. Boah, wir bewegen uns so unfassbar langsam. Oh mein Gott. Warte, kommt jetzt Klepto? Nee, warte, warte, warte. Wir gehen hier hoch. Alle Mods und Hersteller sind natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr hiervon nichts verpassen wollt, lasst auf jeden Fall den schönsten Like da, den ihr heute da lassen könnt. Wir sammeln jetzt erstmal diesen wunderbaren ersten Mond ein. Wir haben unsere Mütze noch. Noch hat Klepto nicht zugeschlagen. Ich hoffe, das tut er auch nicht. Wobei es mich tatsächlich schon interessieren würde, was passiert, wenn Klepto uns jetzt die Mütze stielen würde. Und da kommt er auch schon unter Wasser angeschwommen und nimmt Käppi mit. Kommt zurück! Ist jetzt nur so eine rein theoretische Frage. Ist der Mond dann hier unten nicht mega easy? Ganz genau. Wir sollten trotzdem ganz dringend mal nach oben schwimmen, um Luft zu holen. Bevor wir Käppi... Und ich bin gleich da, Kollege. Und ab nach unten jetzt. Direkt eine Stampfattacke. Bäm! Können wir unter Wasser mit Käppi überhaupt reden? Ja, können wir. Okay, das ist eine Katze. Die wird straight up gestartet. Wunderbar, hier rieche ich doch schon den nächsten Mond. Boah, Guys, was meint ihr, wie weit können wir rausschwimmen? Müsste es da eine unsichtbare Wand geben? Ich weiß es nicht. In welche Richtung schwimmen wir denn am besten? Ich verschaffe mal oben einen Überblick. Irgendwie sieht jede Richtung interessant aus. Deswegen schwimmen wir jetzt einfach mal da lang. Okay, schade, Guys. Hier ist legit eine unsichtbare Wand. Aber wir haben es. Boah, ist das weit weg. Kann ich reinzoomen? Ne, seh, oh, da ist ein Mond. Hallo! Wir sind ziemlich, ziemlich weit weggekommen. Aber nicht wie erwartet können wir die Wand umgehen. Schade. So, da sterben wir mal ganz kurz, damit ich diese 20 Minuten lang jetzt nicht noch zurückschwimmen muss. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Oh, wir spawnen sogar hier oben. Lol. Okay, ja, welchen Mond holen wir uns als nächstes? Meint ihr, wir schaffen den Schmetterling unter Wasser? Ich denke nicht. Wann? Let's go. Tatsächlich funktioniert das. Ich dachte, der würde schon wegschwimmen, weil wir irgendwie beim oben drüber schwimmen oder so. Aber scheint zu funktionieren. Meint ihr, die 2D-Passage ist auch unter Wasser? Das wäre insane. Checkpoint. Oh, der füllt sogar Herzen wieder auf. Session. Oh, die Röhren sind lila. Lol. Das wusste ich gar nicht. Ne, das hier ist nicht unter Wasser. Schade. Zack, da wäre der nächste Mond. Achtung, Fuzzis in der Wand. In der Wand und im Wasser. Manche Tiere und Wesen gehen ja kaputt, sobald sie Wasser bringen. Zum Beispiel Goombas. Deswegen, cool zu erfahren, dass Fuzzis nicht im Wasser kaputt gehen. Okay, wir haben wieder voll Luft. Können wir euch kapern überhaupt? Well. Das hat funktioniert. Lol, es hat wirklich funktioniert. Aber wir verlassen die Kaperung sofort wieder. Alles klar. Okay, Coins füllen auch nicht unser Wasser auf. By the way, das sind Mario 64 Coins. Hier war doch auch ein Mond, oder? Ganz genau. Können wir... Boah, jetzt will ich was tryen. Und zwar, wir tryen jetzt mit dem Salamander oben. Versuchen wir jetzt mal ein bisschen zu fliegen. Zack. Segelflug, Segelflug. Krach, krach, krach. Kannst du ins Wasser? Interesting. Oh. Okay. Scheinbar nicht. Boah, der raucht der Odyssee. Sieht ultra dark aus. Oh, wir können ja jetzt den Schlüssel getten, ohne so ein komischer Wiggler zu werden. Tropen-Wiggler. Let's go. Oh, aber Luft wird knapp. Schaffen wir das ohne Damage? Komm, komm, bitte, bitte, bitte. Ah, das war ganz schön knapp. Okay, da hinten ist ja auch noch einer. Oh, können wir uns dann mit der Schleuder durchs Wasser fallen? Ey, wir müssen noch so viel ausprobieren. Ja, ey, das sieht ja so lost aus. Holla, wir sind wirklich weit geflogen. Käppi, ich glaube, wir sind mehr so durchs Wasser geschubst worden. Es sieht schon richtig crazy aus. Meint ihr, die Käpt'n-Ton-Passage ist auch unter Wasser? Boah, ich weiß gar nicht, wo die war. Die müssen wir jetzt straight up mal suchen. Zuerst nehmen wir aber hier diesen wunderbar lecker Schmeckotastischen Checkpoint mit. Und, ähm... Da, ich glaube, ich habe den Eingang gefunden. Oh, das wird mit der Luft aber actually sehr eng. Baba, hallo! Wir können wirklich mit dem talken. Wie ich hergekommen bin? Ein großer Vogel hat mich hier abgeworfen. Derselbe große Vogel hat meine Käpt'n geklaut. Und das unter Wasser, Mann! Oh, hier gibt es noch lecker Unterwasser-Coins. Die schmecken besonders gut, wenn sie unter Wasser sind. Aber es ist crazy, wie diese schweren Passagen hier zum Beispiel, die also schwer sind, in Anführungszeichen, dass sie durch dieses Unterwasser-Ding so einfach werden und wir jetzt gleich sterben werden, weil wir keine Luft mehr haben. Ich schwimme nach oben. Das schaffen wir. Komm schon! Oh Gott, das wird todesknapp. Bitte, 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 bitte. Äh! Oh, oh mein Gott. Ui, 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 ist das knapp. Okay. Ich glaube, hier können wir wieder runter. Zwölf Sekunden später. Nein! Bitte! Ah, komm, das war so knapp, Mann! Man muss vielleicht ein bisschen besser aufpassen, was man unter Wasser so alles treibt, nicht? Oh, aber wir spawnen hier oben. Das ist gar nicht so bad, glaube ich. Ist da unten nicht irgendwo ein Checkpoint? Wir könnten uns natürlich auch einfach den Mond da vorne holen, aber wäre ja cringe. Wir wollen ja auch ein bisschen hier die Challenge. Okay, wir sind drin, wir sind drin, wir sind drin. Oh, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. So, ich glaube, hier hinten war das letzte. Oh, das wird wieder knapp in der Luft. Ich glaube, wir sind schneller beim Mond als oben. Du schaffst es. Let's go! Actually, weil wir ein Kostüm anhatten, sah Wario cursed aus. Jetzt sieht Wario wieder ein bisschen normaler aus. Finde ich, kann man schon sagen. Ist krass, auch mit den Sounds und so. Was ja nicht, also ist nicht üblich, dass es sogar Sounds gibt. Lol, hier gibt es sogar Coins. Wusstet ihr das? Ich war hier nämlich noch nie. Ich dachte mir, boah, das ist bestimmt cool. Da hättest du mal zwei Coins drauf. Da kommt man ja nur hin, wenn man von oben genau hier drauf springt. Krass. Komm schon zur Odyssee, bitte. Wario, du bist der beste Schwimmer, den ich je gesehen habe. Du schaffst das. Käppi werfen, schütteln. Huhu, let's go. Da werden alle Monde eingecasht und die Odyssee wird repaired. Lol, sogar die Odyssee ist gelb. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist euch das aufgefallen? Ich habe das gar nicht gesehen. Lol. Und da geht es auch schon weiter. Und wir sind aus dem Wasser draußen. Jetzt können wir ja wieder atmen. Ey, die Odyssee sieht in gelb ja insane schön aus. Das Cityland sieht auch übelst crazy aus, aber tatsächlich habe ich nur ein Stöpsel gefunden, mit dem wir das Wasser ablassen können. Und Avatar hat gemeint, er kommt beim nächsten Mal auf jeden Fall vorbei. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Abo da, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.